okay wir sind hier in der festung wir haben hier eine schrothlinke ich weiß gar nicht welche genau das ist wenn wir ja sehen wenn wir ein kill machen im bayonet dran das ist auf jeden fall eine pump gun ok modell 10a werk ich weiß noch nicht ob ich nicht drauf war kurz kopfhörer richten ok da haben wir gerade so glück gehabt was ich da schnell genug geschaltet habe wer das ist oh mein gott super double kill medic wert ist halt super aber es geht auch so oh mein gott was ist denn hier los ha für 18 das können wir besser oder auch nicht so hier ok den habe ich jetzt nicht kommen bemerkt ich dachte mich da wenn meine buddy ist aber war schon mal solide anfang wo verlieren wir jetzt gerade einen spot ok sichern wir david irgendwie sitzen wir in der kopfhörer heute echt nicht oh mein gott wir sind draußen nicht gut ok es war regelt ok ja 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 Ich weiß ja nicht. Ähm. Okay, wir gehen wieder rein. Ich mein, wir haben eine Schrotflinte. Wir verriegeln nochmal über die Tür. Oder auch nicht. Ich brauche einfach keinen Mund. Ich würde aber gerne mal ein paar Kills machen. Da ist ein Flammenwerfer. Da war ein Flammenwerfer. Scheiße. Die Flanke fällt. Oh mein Gott. Was haben die denn hier bitte alles für... Sonderklassen. Links und rechts von mir höre ich jemanden. Einsatzziel David. Okay. Läuft aber ja ganz solide. Wir haben Einsatzziel David verloren. Dann werden wir jetzt noch einen Medic. Oh. Von hier. Ich dachte er rennt weiter und hat mich nicht gesehen. Okay. Wieder ab in die Gräben. Sein hat eine schnellere Feuerrate natürlich. Wir sollen trotzdem nochmal Dach da. Vielleicht können wir ja trotzdem noch was abstauben. Keine Ahnung wessen Gas. Gehen wir hier lang. Ich war schon wieder ein Flammenwerfer oder? Ich habe geschossen. Alter. Ich war vor OP. Okay. Jetzt wollen wir mal testweise bei C. Scheiße. Darauf habe ich gewartet. Ich wollte ihn wenigstens noch bekommen. Auch wenn ich dabei sterbe. Wunderbar. Hat geklappt. Flammenschutze direkt ausgeschaltet. Wunderbärchen. Äh. C. Er war ein Feind. Okay. Aktuell sieht es aus, als ob wir alle Positionen verlieren. Okay. Dann haben wir nicht bekommen. Dann haben wir einfach so mit einem Schuss niedergestreckt. Okay. Der Revolver hier wirkt einfach nicht stark. Muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, der ist heftig schwach. Hat aber einen ordentlichen Rückstoß. Was sollte ich machen? Ich habe ihn gehört. Wenn er trampelt wie ein Elefant. Wie was ist das? Wir verlieren Einsatzziel David. Wir verlieren Einsatzziel David. Wir verlieren Einsatzziel David. ein team soll man das alleine kurz sichern oh mein gott das war mehr lag als alles andere oh mein gott wie viele standen da denn bitte auf einer stelle eine granate wäre da super gewesen so immer nach a zu kommen dort noch was aufzuräumen oh geiles geräusch vom einschlag keine ahnung wo denn bitte hier hockt ich kann hier stehen und das einnehmen wir haben einsatz alter alter ja gute shotgun manche mir das noch kein mal gespawnt ich sollte mir vielleicht eine andere gruppe suchen naja wir verlieren einsatz ziel hm wir verlieren einsatz ziel emil hm 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 wir haben einsatz ziel berta verloren von mehreren seiten höre ich viele gegner steh auf ach schade zwei also drei an der flagge bekommen ach die werden jetzt gerästet aber dann auch ach schade 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 na komm lass mich spawnen bitte bitte spiel danke ach nein flammenschützen solange meine leute das aufsammeln wir haben einsatz ziel cäsar erobert ok sieht bis dato sicher aus ach ich liebe es so lange zu sprinten was Ich dachte, ich hätte etwas hinter mir gehört, was nicht er war. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Wir haben eines unserer Ziele eraubert! Hol mir Schutz zurück! Na? Von hier, oder? Ja, von hier. Oh mein Gott, wir haben einen mit dem Revolver! Oh mein Gott, wir haben einen mit dem Revolver! Das war gerade ein Jump-Scare! Ja. Und zurück! Wir haben Einsatzziel Bertha erobert! Ist da noch einer? Da nicht! Ich versuche mal nach der CDR zu kommen. So. Den nächsten Wachsoldaten ausgeschaltet. Weil wir die nicht brauchen hier. Okay, den hast du. Wunderbar. Geht doch! Wunderschön! So will ich das sehen! Und go! Ah, da hab ich dann nicht mehr geschossen! Jo, dann! Puh! Von C nach wo? Puh! Von C nach wo? Ja! Oh ja! Wir verlieren Einsatzziel David! Das war schön! Der Head... Oder war ja kein unbedingt der Headshot, aber der Schuss war schön. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert! Das Ziel ist im unteren Hang! Wir haben Einsatzziel David verloren! Ah, da hab ich mir das falsche Ziel ausgesucht! Komm, komm, komm! Ab nach E! Weil bei E geballert wird! Wir haben Einsatzziel Albert erobert! Das war nicht die Hauptperson! Das war die Hauptperson! Da ist einer! Wir haben noch einen kleinen Moment bevor die Runde endet! Wir verlieren Einsatzziel Emil! Wir verlieren Einsatzziel Emil! Oder auch nicht! Wir verlieren viel zu langsam an! wir verlieren einsatz aber sollte gehen wir haben einsatz ab nach E Alter, da hat ihn das blöde Metallteil das Leben gerettet. Gibt's doch nicht. Der Kerl hatte mehr Lack als alles andere gerade. Das hätte so ihn weggehauen. Wir haben Einsatzziel Censors erobert. Ja, komm, mach auf. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Okay, okay, mal gucken. Nur Hilfe zählt als Kill, okay. Oh mein Gott. Da hatten wir Glück. Hier vorne ist auch einer gestorben. Ich weiß noch nicht, ob oben oder unten. Okay. Ich hab leider kein Mad Kid dabei, mein Freund. Ich bin ein Sturmsoldat. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Wait. Okay, das ist mal ein teammate. Wir müssen mithelfen zu pushen. Noch jemand, ha? Wenn ja, hier ist ne Granate. Hm, da kommen sogar welche von hier. Oder auch nicht. Guck auf die Map, dann weiß ich, dass ich nicht feindlich war. ... realtà ... Ap apologise ... … ... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.